Ich will Brünen brillieren, das ist ganz klar. Im Nürburgring wollte ich auch brillieren und dann bin ich dann in der zweiten Runde in der Ecke brilliert. Brünen besser machen kann. Ich war normalerweise in Brünen ziemlich schnell. Brünen ist auf eine kurve Strecke, wir brauchen zwar ein bisschen Power, deswegen werde ich morgen Abend noch zum Fest gehen. Brünen Brünen Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.